Geschütz Na? Das funktioniert eigentlich relativ gut damit Gehts? Ich betrete ihn Schütz! Laut ISAC sind sie nahe an einer Druckerei Ich glaube die könnte man als Safe Room für zukünftige Besuche in der DZ South nutzen Da gehts raus Ja, habe ich gesehen Da gehts raus Da gehts raus Können wir das alle machen Geht schon Nimm's Passt Warte, ich markiere mal das Tor Ist auch schon markiert Da gehts raus Bin gespannt wann ich mehr Grafikkarten kann Was? Bin gespannt wann ich mehr Grafikkarten Hast du den gekauft? Ja, von einem Havara gebraucht Na super Welche? Die 10,70er Den die ich habe Weiß ich nicht Ich habe die 10,70er Im Video Ja, du für 250 Euro habe ich nicht nass haben können Ist richtig, hättest du nicht auch haben können Und dann hast du gerne Ist richtig Ich hätte halt dann auf Zettel und Papier mit dir gespielt Okay Okay Das ist ein Schiffer versenken Ne? Das ist aber schon sehr hoch Ja, ich habe es auch einfach Das hätte ich aber nicht in Full HD zauberbracht Wieso nicht? Wieso spielen wir halt auf A3? Stimmt Finden Sie einen mit dem A2 verbundenen Sicherungskasten Und selbst ein und ein Du darfst das einsetzen Du hast das auch rausgenommen Warte einmal Gut, wir können sie nur da in Deckung gehen oder da drüben in Deckung gehen Da kommt keiner Mhm Ich gehe da Ich gehe da Hä? Was ist das? Jetzt sehe ich ihn beinstallieren Bin Warte, warte, ich bin auszuziehen Ich weiß Wollte ich nicht Ich glaube wir müssen das draußen machen Agents können in der Darkson stark kontinimierte Objekte finden Diese Objekte werden speziell markiert und in einer dafür vorgesehenen gelben Tasche untergebracht Die für andere Agents sichtbar sind Wenn ein Agent in der Darkson stirbt, kann er dabei seine Tasche für kontinimierte Objekte fallen lassen Kontinimierte Objekte können nach dem Neustart zurückgeholt werden Andere Spieler können ihre fallgelassenen Objekte sichern, sodass sie sich sicher zurückholen Aber sie können die Tasche auch stehen und behalten, also weilen sie sich Abholungen können angefordert werden, indem sie eine Leuchtrakette in einem entsprechenden Bereich der Darkson abfeuern Die Abholung von Polter lockt feindliche Fraktionen in der Nähe an Achten sie auch auf abtrünnige Agents, die das Seiltuch schneiden und ihre Objekte stehlen können Ja, wir müssen da rein Schau rein So ist die zweite Sicherung Ich bin schon drin Nein Sie verlassen die Darkson! Jetzt schon Jetzt schon Ich hab gewartet, bis du fertig geredet hast, entschuldigung Ja Ich weiß Ich war nur nicht Jetzt warte ich nicht mehr, so Jetzt geh ich einfach Jetzt eröffne ich einfach das Tor, so Da Offen Das war's Das war's Das war's Das war's Ja Dank ihnen können jetzt andere Division Agents DZ South betreten Begeben sie sich zu einem Shade Terminal und laden sie die Kartendaten ins Netzwerk hoch Ja Ja, da links Draußen oder drinnen? Draußen Draußen Keine Ahnung Eigentlich Nein Wenn ich die Grafikkarten probiere, nehm ich was Dann installe ich mir bei mir Ich glaub NDI heißt die ist die Abkürzung Aha Da Das kannst du angeblich mit dem Streamlabs auch machen Da ist immer Streamlabs auf einem anderen Rechner installiert Zum Beispiel Okay Oh Das trinken Für die Division ist es jetzt sehr viel einfacher in DZ South Ressourcen zu sammeln Ich habe Geschichten gehört, wie übel es in der Obhut von Victor Tran und Colonel Ridgeway gewesen sein muss Aber diese Echos übertreffen alles Vielen Dank für ihre Hilfe Agent Na bitte Bitte Ja Du übertroffen Du wirst den Streamlabs auf einem anderen Rechner laufen lassen Ja Mhm Der überträgt angeblich das Bild übers Netzwerk drüber Mhm Und fertig Glaubst du nicht, dass du dann Bottleneck reinhandelst? Wieso? Wenn ich das glaub Wieso? Wieso? Wieso Netzwerk? Und nicht Internet Das Netzwerk aber nicht so toll ist, dass es so funktioniert, wie man sich das vorstellt Du darfst nur Netzwerkschnager haben Ähm Ich habe ein Gigabit-Netzwerk Und? Weil was sollte da nicht funktionieren? Theoretisch richtig Kann ich das auch nutzen? Hm Na, weißt du nicht in meine Dann legst du mal Kabel rüber Hallo? Gut, dass du jetzt sagen, legst du mal Kabel her, ne? Nämlich wird nicht Oder abgehakt Ich weiß, das ist mir ganz schlecht Der schöne Discord war grad gel Ich weiß, das haben wir halt schon öfter gehabt Ja, wenn besser ist letztens Grün Äh, Rot, ne? Das ist richtig Hauptentsatz Ähm Sonst haben wir da nix mehr Mein Defekt Sonst dauert wir da nix mehr heim, gell? Wir beginnen in einen Untergrund Folge mal Ja, die haben wir gestern schon gemacht, oder? Wart, nicht im Untergrund Die haben wir gestern gemacht Da sind sie früh dran, oder? Stimmt Bis noch mal eine Stunde später Ganz süfflos Na, wir können zur Nahrung Wo ist Nahrung? Da, da geht schon 70 Meter von uns Äh, hab schon Ein Problem mit dem Microsoft-Konto Widerkannt Das sehe ich nicht Wer sagt das? Microsoft Na Windows oder so das? Ja Seitdem ich ihn aufgesetzt hab, sagt er das Frag mich nicht wieso Hast du's noch nicht aktiviert? Sicher hab ich's Windows aktiviert Wie meint mit meinem Account passt was nicht Okay Achte auf Feinde, die gingen in Deckung Da ist keiner Hallo Alter Da ist ne zwei Kisten da, oder? Gibt's Gibt's ned Eine Maske Eine Maske Die Maske Die Maske des Zorner Ah ja, es gibt übrigens Masken auch zu sammeln, gell? Man kann Masken fürs Spiel sammeln Ich weiß Wie wir mit dem Tag sehen vorher Ja Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt Sucht nach Und die Kiste mit der Waffe lasst da stehen Lass da stehen Lass da stehen Verstehst du? Was immer Da sucht nach Ressourcen Ich kann dir Ressourcen geben Will ich das? Na Ich hol mir die Waffe Kiste Feinde Wo? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Die Karte hat gewöhnt, dass sie welche Ja, bei mir sagt er auch, dass welche sind Aber ihn noch keine gesehen Schau nicht Und der geht schon Ab zum Sifhaus Was? Feinde Wo? Halt ich noch nicht Das würde ich ja eben herausfinden Das sieht keiner Fake News sind das Fake News Ja Richtige Fake News Reißen wir zum Sifhaus Hätte ich auch gesagt So, ich bin für weg Moment, Handy, Leute Kannst du sagen, ist das da hinter? Wenn das Handy läutet Geht man ran Würde ich sagen Mal schauen So Und in eine Art Fassel Für improvisierte Munition verhandelt Wir müssen es ausschalten Eine der Wachen hat den Schuss Hans den Rücken gekehrt Und wird ihnen Sie lässt sie durch das Tor Danach liegt es an ihnen In das Waffenlager einzudringen Hm, schön Aua Ah, trinken wir mal Wasser Ist auch nicht schlecht So Warten wir mal Lass mal kurz telefonieren Haben wir ihn? Haben wir ihn? Haben wir ihn da? Ähm, Essen Wieviel haben wir ihn? Essen? Essen? 230 schon So Wir haben gesagt Wir gehen jetzt zum Hauptentzug Gell? Richtig Haben wir ihn schon markiert Hm, das war jetzt urlaut Was? Ich hab's hinten am Tisch gelegt Achso, ja Das hat geschebert Ja, richtig Das hat mir jetzt ein bisschen gerissen Da drückst du sie mich ja selber auch Hör auf die Kopfhörer Fasche Richtung Ja, und da? Ich schau mich noch kurz um Ah, da drückst du Ja, da drückst du Ja, mich schimpfen Hör selber Wir werden eh noch zurück Ja, ja Das heißt du gehst du selber über die Kopfhörer Ja Warum? Dass ich weiß, ob das gut funktioniert Achso Permanent Also wenn ich rede, ja Permanent Das ist nicht so arg Ich hab mir auch schlimmer vorgestellt Wenn ich zurück Okay Ich dachte immer, es ist schlimm Aber es ist nicht soo Ja, ist die Zeit versetzt auch noch ein bisschen? Nein, eigentlich nicht Das geht im Millisekundenbereich Ja, aber Das ist nicht so arg Wie weit ist das weg? 108 Meter Ich hab noch geschaut Weil rechts ist das Eine Gartelnahme, wo es das eben ist Rechts Aber das ist im anderen Bereich Rechts Deswegen gehen wir ja links Das ist richtig Das ist eine öffentliche Hinrichtung Einrichtung ist da Geht es für euch bald wieder ab Ich muss nicht hin Probier jetzt Ah, links Da ist ja klar Das ist ein Das ist ein Das ist ein Du lässt mich gehen Du lässt mich gehen Da drin sind Kampfmittel Die jede Grenze überschreiten Das geht mir zu weit Du musst zu mir kommen Ja, das ist ein Der Range Ja Danke Ich geh über die Rampe in die Tiefgarage Ich seh da hinten schon Feinde, nicht zu Hilfe Jetzt Das ist ein Ball Schau, ich spiele Fußball Ab Bist du jetzt drin? Ja sicher Tag am Fußballspiel, ja? Zipp Oh Da ist er Stimmt Mich spiel ich im Ball nicht Okay Schade Das sind Feinde Ich weiß Wir sehen uns aber zum Glück nicht Weil sie dämlich sind Warte mal, ich seh einen lilan und ich seh einen roten Ich seh zwei rote Ja Der lilan macht nur Sorgen Ha Da bist du Kann ich jetzt den lilan werfen? Nein, das geht nicht Gleich gehts, warte Jetzt Warte Bewege dich nicht zu viel Puff Hörnerweg Zwei weg Links kommt der lilaner und sortiert, he? Ja, lilaner und sortiert, he? Ja, lilaner und sortiert, nicht zu Hilfe Der ist links Granate fliegt auf mich Llaner ist weg Ja Ja Da, wo bist du lilaner, alles klar Und da liegt der lilaner Den hol ich mal Den hol ich mal Er schießt auf mich Wechsel im Magazin Ich auch Da bist du Du Pinne Oh Da oben ist einer Da oben ist einer Ja, ja Da kommt auch keiner auf mich zu Der lauft einfach weiter Der trakt nur Der trakt nur Der da oben ist aber hier Was? Überraschungsangriff Er hat uns nicht gesehen So, warte mal Der ist weg Der drüben ist ja Gebe ihn rein Was ist der? Ja Sehr gut Ich glaube, mich schießt du Na so Also Jetzt müssen wir mal auffüllen gehen Der hat euch nicht so verkehrt Ja Einmal Dass alle sehen, dass wir das können Die Uhr wird draußen Ich bin schon aufgefüllt Zack, fertig Die haben jetzt aber nichts fallen lassen, oder? Bis auf einer Ich habe Schrauben, Metall und irgendeine Waffe gekriegt Alter Wieso kriegst du heute alles? Ich habe Loot Glück Loot, Loot, Loot Wenn ich einen First Kill hatte wahrscheinlich Mulition der True Sons entdeckt Aha Die True Sons Achtung Da hinten ist einer Wunschlich gesehen Sieben Jahre Uh, Lila Du stehst ihm weg Ich? Ja, jetzt kann ich nicht darüber Da will dich Jetzt bin ich da So Verkiss dich da drüben Ich habe trotzdem eine Lila noch gerade da Ein Roter Rot Zwei Rote Drei Rote Drei Rote Gehts? Wie weit kann ich das werfen? Da oben Ich juckt mir nur Ja Scheiße Der ist in Drei Rote Was auch hinter dir? Ja, ich habe schon gesehen Der Ranger Rick Da ist er Komm mal neue Wieder in die Nummer Oh Oh Hey, da hat ein automatisches Geschütz in die Linde Was ist mit ihm? Ich wechsle mal die Position Und da drin treffe ich gar nichts So, das sehe ich nichts Die Linden ist weg Ah Du kannst das Geschütze extra zerschweren, gell? Ich weiß Ich schieße auf meine Hände einfach Die Linden ist weg Na Ach, da auch ja Zack Das Gefühl ist mir nur mehr da Ja Da habe ich mir so mal eine Kiste Definitiv Super Fußschoder Was macht denn das? Hm Da ist auch eine Ich komme Das war's Gibt's schon wieder nimmer Da gibt's Informationen Mhm Der liegt geil da, siehst du den? Der Fuß hoch steckt Ja Äh, drück Anscheinend nehmen sie hier alles was sie finden können Und recyceln das Das ist ziemlich clever Das muss man ihnen lassen So, ist nix Achso, es gibt auch immer 5 Geheimmissionen, also Geheimmissionen, Nebmissionen Aha Die Die Kriegst du nur von NPCs, die was in der Welt irgendwo steigen Schön Ja Das muss man dann mit Secret Pop machen, was man sagt Das muss ich irgendwie Schicke dann ein Bergungsteam Und was zu gefährlich ist, wird in die Luft gejagt Oh Du kriegst immer Waffenmots Okay Hochwertige Sprengstoffrückstände erkannt Ich sehe einmal einen Liliner, zwei, vier Gegner, einen gelben, einen roten. Iiiiuiuiuiuiuiui. Bist du hinter mir? Nein, du bist woanders. Auf der linken Seite. Ich bin rechts. Ich werde das Geschütz jetzt da-